Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fall gefahren. Let's play gothic. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durchs Süd-Tor gehen. Auf keinen Fall durchs Nord-Tor. Und gut. Also er wäre übrigens jetzt, äh, im alten Lager wieder gewesen. Hätte ich ihn nicht, äh, daraus gelockt. Mit Insert. Ich hab keine Ahnung, was das für Quenzen-Sequenzen hat. So, hi. Ich hab ein Sörnerhaut, will ich trotzdem nicht stecken. Ähm. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Ja. Wie kann ich denn nochmal den Typen heranschaffen? Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ach ja, ich muss ja hier noch. Haha, stimmt. Fällen wir gerade ein. Ähm, Magie. Heilung. Das sind fünf maximale Malerpunkte. Okay. Äh, und wenn ich... Ne. Dann später. Hm. Naja, gut. Also, es kann schon sein. Man muss eben auch... Ne, alles falsch hier. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. Drei schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Okay. Äh. So. Ne, das ist nur ein Templer. Mit dem kann ich nicht reden. Das ist nur ein Templer, der auch der nix sagt. Naja, stimmt. War denn der... Wahrscheinlich hast du recht. Achso. Nee, das ist der hier. Der bringt mir gar nix. Was sind denn die Leute hier alle? Ich hab ja immer gerade keine Ahnung, äh, wo ich hin muss. Wo, wo, ja, wo ich hin muss. Hm. Das war der eine. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang... Achso. Ja. 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 Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Leute. Macht es doch gesetzlich verpflichtend einfach. Äh. Missionskompasse bei Rollenspielen. Es gibt nichts Bescheuerteres, als die wegzulassen. So. Nee. Das ist ja der Baumtyp. Der eigentlich nix bringt. Ähm. Ich habe Kurkalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühe. Hier. Nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Ja. Wie läuft die Kautproduktion? Wir belasten jeden Mann bis ans Äußerste. Um genug für uns und den Handel mit den anderen Lagern herzustellen. Aber es ist ein Opfer für den Schläfer. Und so bringen es die Novizen gerne. Mhm. Gut, dass wir schon mit denen reden dürfen. Äh. Jetzt kann ich prinzipiell, wenn ich es finde, weil das ist das größte Problem. Es gibt ja keine Mini-Map hier. Ähm. Zu dem Schlaftypen, ne, zu dem Zauberverrückten da gehen. Ich sag gar nichts mehr. Es ist ja auch sinnlos. Absolut sinnlos. Hier ist der Schlaftyp. Ja. Äh. Magie. Äh. Ja. Was? Keine Ahnung, wie ich das einsetze. Nein. Komm, steck das Ding weg. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Keine Ahnung, wie ich einen Zauber anwende. Wow. Ich guck das mal grad kurz mit dem Internet nach. Äh. Ah ja, ich glaube... Interessiert mich einen Scheiß. So, gute Nacht. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Das war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüsselwag zu. Mana. Ich war ja nur plus eins. Weil dann hab ich überhaupt Mana. Oh. Ähm. Nein. Komm, steck das Ding weg. Nimm die Waffe runter. Du lernst. Schnell. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ja, ich hab aber Sorge. Äh. Die. Blutfliegen. Übersicht. Sumpflager. Äh. Ja, das kaufe ich auf jeden Fall. So. Okay. Ähm. Da. Es ist ja sinnvoll gewesen. Wow. Wo ist das die denn jetzt schon wieder? Die kleine Missgeburt. Ich raste noch richtig aus. War doch klar, dass das ärgert. Ich hab keine Ahnung, wie der Insert-Befehl von Dusty war. Es riecht einen so direkt schon auf. Ähm. Bartondral. So. Ähm. Das heißt, ich inserte mal hier wieder das, die. Jetzt muss ich den Befehl wieder raussuchen. Äh. Das ist doch eine Scheiße, ey. Boah, diese Konsole, ne? Wenn wir diesen Auto ausfüllen. Ich dachte, das wäre ja schon lange geklärt. Du, folgst mir, du kleine Hurensohn. Okay. Und die Sache... Boah. Halt deine Fresse, okay? Soll ich da zu Bartaldron gehen? Ja, wo der ist? Ähm. Mal nur Meek. Nix mit Bartaldron. Witze, ne Witze. Oh. Boah. 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 und hier geht schon wieder nicht mehr vernünftig mein tag glaube ich das ab in die hühne irgendwas wenn er mir da ist das barter oder so könnte sein hier wo kann ich neue leute für die bruderschaft anwerben das ja eigentlich habe ich das schon getan ich bin bereit das ja ich habe jemanden der dich kennenlernen möchte meister wen bringst du zu mir ist er würdig er bedarf sicherlich noch eurer geistigen führung meister gut von heute an soll er zu meinen schüler zählen von heute an wirst du dich täglich vor meiner hütte einfinden und meinen worten lauschen deine seele ist noch zu retten ich will in die bruderschaft aufgenommen werden ich brauche eure stimme du hast dich als würdig erwiesen kur kalum soll dir die robe geben okay geschafft junge 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 ich versuche noch einmal mit diesen komischen typen dazu reden mal wenn wir noch mal mit dem mal mit dem so was ich mit diesem magiker machen sollte weiß ich gerade noch nicht gucke ich mal gleich im quest log nach hier wenn eine sehr gut so ja da muss ich halt gucken ja das nevs rezept aufnahme sumpflager so äh ein novice bei es kann so es solltest und frage stritt sich unter mir mein weg blagartig mit korn kalum muss ich die große rumreisen sie reden sie nicht mit neuen wahl sadara muss ich auf ein seiner zureinen schlafzauber legen mich als ein witzender bruderschaft auf äh okay ich glaube ich habe die vier balts ich will nur noch dass ich baldur skate spiele und ich muss immer am ball bleiben hier alles klar beste wortwitze 2016 confirmed das passiert ja lalala immer wieder die leiter lalala 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 ah es kann so hi was willst du was ich will mein bruder ich hab die balts überzeugt ich glaube ich habe die balts überzeugt Bal-Urun sagt ich habe mich als würdiger diener des schläfers erwiesen weiter Bal-Kadar hält mich für einen gelehrigen schüler Bal-Namib ist überzeugt dass ich ein wahrer anhänger des glaubens bin und Bal-Tondral sagt ich soll die robe erhalten ich habe einen neuen schüler zu ihm geführt gut wenn die balts für dich sprechen dann soll mir das reichen hier zieh das an und jetzt geh und mach dich nützlich äh und sonst doch so das war alles kein herzlich willkommen kein gar nichts herzlich willkommen gefällt mir schon viel besser steh hier nicht rum tu was hier nimm dieses kraut und bring es zu Gomez ins alte lager wenn dich seine schergen nicht durchlassen wollen sag ihnen Koch Kalom schick dich du bist ja immer noch hier ähm oh falsche taste immer letztes äh äh ähm wache was willst du was ich will hast du noch eine aufgabe für mich im neuen lager gibt es eine kleine gruppe von männern die ihre eigene krautproduktion angefangen haben kümmere dich darum dass sie die produktion einstellen und wie belästige mich nicht mit details die krautmischer müssen ihr lager irgendwo außerhalb des neuen lagers haben du weißt was du zu tun hast kiii wegen der krautherstellung im neuen lager ja ich bin noch an der sache dran ich hatte nichts anderes von dir erwartet was machst du für experimente meine forschung befindet sich auf einer eb dann eben nicht wir sehen uns wir sehen uns nicht meine Güte ob ich jetzt mit ah alles klar so ähm ich würde sagen wir machen hier jetzt einen Cut und ja bis zur nächsten Folge bis zum nächsten Mal die